Was? Ballstück sind in der Mitte. Einer war bei B1. Noch einer bei B1. Ah, Mitte war der, der ist bei B2 gerannt. Kommt aber wieder zurück. 86. Schon genau vor, die müsste sein. Nice. Der andere ist bei B2 gerannt. B1 hast du gemeint, oder? Ich hab das von der Mitte aus gesehen, dass der B2 gerannt ist. Ich weiß nicht, ob der von Richtung Base oder so gerade ist. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Da kommen die Tür rein. Ist bei der Bombe. Kommt. Nice. Timber. Du hast gemogelt. Gemogelt. Das Ding gerochen gibt's zu. Hä 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 hä. So. Wie ist das? Wie ist das denn? Hier bin ich? ja ich bin doch schon um die ecke der narsch war noch nicht um die ecke ich sag nur wo ich den tutanscher hatte zwei stück b1 2 2 1 ja Ah, Stockbombe. Grenz? B1 ist sauber. B1 oder was? Äh, ja. Warte, da ist er. 195. 195. Hinter der Kiste, bei der grünen, wenn du B1 reingehst. Nach Leuchtencamp. Ich hab gesagt, wenn auch... ...läuft die Base gerade durch. Jetzt ist es auch von der Base wahrscheinlich draußen, von der blauen Base. Ich seh ihn nicht mehr. Habe dich. Er ist drin. Nice. Einfach Puff. Awesome! Ich hab ganz lange geahnt. Einfach so gewartet, das ist der Kopfsee. Nice. Alter, 03 ey. Alter, 03 ey. Shit! Und... 84. 84 mitte. ... 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 alle drei bei mir mitte eines durch den tunnel da kommt bei dir über kinder ja ich hab's ja alle angehütet schon ich mal bezeichnen guck dass ich von hinten wenn ich abschießen kann ja eine geht unten unser base weiter unten unser base einer kommt eine legtbombe ist zurückgelaufen ist oben eine plant jetzt ich hab kein einziger step gemacht weißt du aber da liegt dein body schon wieder der letzte ist hinter der ersten nämlich der kennt uns oben hinter der ersten links und mitte durch wir haben ein bisschen aufgeholt 7-6 wachs grad ich hab gesagt 6-5 jetzt